So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute ist ja dann der Tag der Entscheidung, bzw. dann eben morgen, wenn die Auszählung stattgefunden hat und die ersten offiziellen Ergebnisse vorliegen in dem Referendum. Wie schon im gestrigen Video kurz erwähnt, wirkliche Neuvorstellungen gibt es heute nicht. Man kann ja klar den Markt nochmal screenen und Miniposition eingehen, aber der größte Teil überhaupt, was diese Woche dann jetzt angelaufen ist und passiert ist, das hat ja super geklappt, entweder hier ein Goldshort, gestern den WTI, hier die Währungspaare, bis auf australische Dollar, neuseeländische Dollar und den kann man auch theoretisch noch behalten. Da dürfte sich jetzt nichts groß wegen morgen jetzt ändern hier in dem Währungspaar. Da ist ja nicht kein Pfund und kein Euro oder auch keine Yenpaar hier. Die anderen Kursziele, gerade von Pfund gegenüber australischen Dollar, würden ja erreicht. Auch gestern habe ich gesagt, hier wäre es womöglich schon ein neues Hoch drinnen. Oder hier australische Dollar, kanadische Dollar, sogar zeitlich jetzt dann sogar das Kursziel am EMA 200 erreicht. Das andere wäre ein Stück weiter oben, aber hier sollte man sich dann eben auch begnügen. Das war jetzt nur das Setup, was ja hier dann mit dem Stopp nachgezogen worden ist, auf Stundenbasis. Der hat auch gehalten. Also sieht das hier im Prinzip alles sehr gut aus. Wie gesagt, Gold war ja dann Short. Hier Silber wurde noch gestern vorgestellt. Da gab es dann hier in etwa die Kerze, die man sich gewünscht hat, in etwa, wo ich die Analyse geschrieben habe, war ja noch nicht der Tag vorbei. Auf Tagesbasis heute kommen, ja, womöglich auch natürlich ein bisschen wegen der Unsicherheit, was jetzt noch wirklich passieren wird, Käufe rein. Wie auch schon gestern erwähnt, kann man handeln und eben auch dann mit einer kleinen Positionsgröße auch über Nacht noch drin lassen, wo dann der Stopp liegt. Ja, ich habe den Stopp, glaube ich, hier unten. Aber den würde ich definitiv hier auf Tagesschlussbasis sowieso, wenn es eine kleine Positionsgröße ist. Oder, ja, eher dann ganz eng am Markt platzieren. Natürlich ist dann die Chance da, dass man unglücklich ausgestoppt wird. Wenn es nur einen Spike geben sollte. Hier ist eben von Brent, beziehungsweise nachher auch kurz noch WTI, hat der Markt, ich weiß bis jetzt immer noch nicht die Lagerdatenzahlen, also die News. Aber wie gesagt, die letzten Male ist es immer, egal wie die waren, eigentlich nach oben gegangen. Die Wahrscheinlichkeit war da, dass es einfach jetzt hier auch wegen der charttechnischen Konstellation nach unten gehen kann. Und dann ist dann genauso passiert, wie in dem langen Webinar von den zwei Stunden mit Chris Kämmerer gesprochen, gehe ich davon aus, dass es ja abfällt. Genau so ist es dann gekommen. Der Bereich nochmal getroffen. In der Analyse, die am Montag rauskam, oder am Dienstag rauskam, wurde auch benannt, dass man hier eben nur Teilpositionen, also Teilgewinnmitnahmen tätigen soll. Und womöglich hier eben auch was Größeres noch aus ist und nochmal in den Bereich eine Korrektur laufen kann. Und solange jetzt dieses Hoch nicht rausgenommen wird, kann man eben auch auf eine größere Abwärtsbewegung setzen. Also wer hier noch investiert sein sollte, den Stopp hier plus, eigentlich gar nicht, eigentlich wirklich den Stopp auf das Hoch und kommt hier neue Hochs zustande, dann muss man sowieso das Chartbild neu analysieren und begutachten. Beim WTI ist es sogar deutlich unter die Marke gefallen. Aktuell kann jetzt hier der Ölpreis sich wieder über dem EMA 200 halten im Stundenchart. So weit, so gut. Ja, im Hang Seng kommt in den Bereich rein, wurde ja gestern Gewinnmitnahmen, sag ich mal, vorgeschlagen. Auch hier ist alles im grünen Bereich. Gewinne kann man, soll man mitnehmen. Und jetzt kommen wir zuletzt zum DAX. Kurz eben zu den Auffälligkeiten. Wie schon gestern erwähnt, ja hier. Direkt auch in der Schlussauktion, auf der Xetra-Basis, also in der Xetra-Auktion, sind hier, ja, über 20 Punkte passiert. Also da wurden massiv Aktien verkauft oder gegeben auf der Xetra-Aktion. Und gestern waren das sogar 50 Punkte, die letzte Kerze hier. Also das ist wirklich sehr auffällig. Da haben wir ein paar Fonds vielleicht eben Aktien noch gegeben, weil in der Schlussauktion ist der meiste oder eigentlich wahrscheinlich schon der meiste Umsatz. Dann da im Gegensatz eben zu der Eröffnungsauktion. Das Chartbild hier war eben so gedacht in der 4-Stunden-Close oder Tages-Close über dieser Marke. Aber eben mit der Prämisse, was in dem Video, in dem Webinar auch benannt worden ist, eine Umkehrkerze. Schöner wäre es gewesen, kompletter Gap-Close, was aber ja nicht stattgefunden hat. Und eine Kerze, dann hätte man hier das ja handeln können. Liegt jetzt im Plus. Aber für mich wäre es eh zu riskant gewesen. Wäre schöner gewesen, einen kompletten Rücklauf. Und dann nochmal versucht hier long zu gehen. Also es wird wirklich spannend zu sein, was dann heute im weiteren Tagesverlauf, beziehungsweise eben auch in der Nacht passiert, wenn die ersten Ergebnisse, offiziellen Ergebnisse dann veröffentlicht werden. Denn, wie gesagt, man muss nicht im Markt sein. Man kann, aber das Risiko ist echt sehr hoch, mit irgendwelchen größeren Gaps abgegriffen zu werden. Natürlich, wenn man auf der richtigen Seite liegt. Aber im Prinzip, wo jetzt genau die richtige Seite ist, ist natürlich schon schwer zu sagen. Charttechnisch hat, wie gesagt, der DAX hier Potenzial nach oben. Aber, nochmals, man muss das jetzt heute nicht handeln. Es sind genügend Setups die Woche aufgegangen. Nächste Woche dürfte sich sowieso dann wieder was Neues ergeben. Und am Wochenende werden dann die Charts sowieso nicht neu gemischt, aber von mir dann neu analysiert. Ich lösche dann jetzt hier sozusagen erstmal die ganzen Setups. Die werden jetzt nicht mehr besprochen. Das war jetzt heute der letzte Tag. Und ab morgen, beziehungsweise am Wochenende, wird es dann neue Szenarien, Setups geben. Danke fürs Zuhören und weiterhin viel Glück und Erfolg am heutigen Handelstag.